Guten Tag, ich darf Ihnen das Projekt der Schulhof-Neugestaltung vorstellen vom Salouja-Gymnasium am Stadtgarten. Wir haben dieses Projekt gemeinsam mit dem Landkreis Saloui gestartet und maßgeblich beteiligt sind unsere Schülerinnen und Schüler. Sie haben zuerst ihre Ideen produziert, sie haben sie formuliert, sie haben sich auch nach den Bedürfnissen und nach den Wünschen gerichtet, die ihnen die Mitschüler mitgeteilt haben und dementsprechend haben sie dann auch ein wunderbares Modell gestaltet, das jetzt allmählich in die Tat umgesetzt werden soll.